So, jetzt kommt da ein ganz alter deutscher Schlagersänger und der singt einen ganz alten deutschen Schlager, aber nicht den ganzen, sondern nur den letzten Teil. Moment, Helge, das begreif ich nicht. Warum darf ich nicht das ganze Lied singen? Weil das Lied scheiße ist, Peter. Das ist eine ganz alte Schote. Nur der letzte Teil ist schön, damit poppen. Und jetzt fang an, sonst sing ich das Lied. Okay. Ich war 16 und sie 31 und von der Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Sing schneller, Peter. Das Ding zieht sich. Ah, schön. Und es war Sommer, das erste Mal im Leben, es war Sommer, das allererste Mal. Ah, das ist schon eine arme Sau, der Peter Maffei. Da ist er 16 Jahre alt geworden und hat immer nur Winter erlebt. Kein Wunder, dass er ein Eiszapfen hat. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen, und es war Sommer, ach, schon wieder. Und es war Sommer. So, jetzt wissen Sie auch, wer Peter Maffei in Jungfurt hat. Es war Dr. Sommer aus der Bravo. Herr Kirsch, so geht das. Ja, schön, kann ich aber auch. Mit Julio Iglesias. Jetzt warten Sie mal auf. Wenn ein Schiff vorüberfährt, macht es tun. Applaus